Die meisten der im Süden der Donaumonarchie gelegenen österreichischen Festungswerke befinden sich an der 1914 geltenden Staatsgrenze zu Italien. Nach dem Verlust großer Gebiete im 19. Jahrhundert sah sich die K.U.K. Monarchie gezwungen, diese Grenze und somit auch den noch verbliebenen Rest italienisch-sprachigen Gebiets durch eine Kette von Sperranlagen zu sichern, da man in Italien kein Vertrauen setzte. Obwohl die österreichische Militärverwaltung für ihre Sparsamkeit bekannt war, wurden doch im Laufe der Jahre eine große Anzahl von Verteidigungsbauten errichtet, was sich im Nachhinein als äußerst sinnvolle Maßnahme erwiesen hat. Die meisten Werke waren zwar 1914 bereits veraltet und ließen an Kampfkraft sehr zu wünschen übrig. Durch die übervorsichtige Vorgehensweise des italienischen Generalstabschefs Luigi Cadorna erfüllten sie aber dennoch ihren Zweck. Es handelte sich um mehrere Bauperioden, angefangen 1838, 1840, mit den Werken Nauders und Franzens Feste, bis hin zum Werk Velmorbier, das bei Kriegsausbruch 1915 noch nicht fertiggestellt war. Üblicherweise wurden in Österreich-Ungarn separierte Defensivbauten als Werksperre oder Straßensperre nicht jedoch als fortbezeichnet. Dies galt auch, wenn sie in einem Festungsgürtel platziert, jedoch nicht durch sogenannte Kommunikationenlaufgraben, gedeckter Weg, Kutterne miteinander verbunden und nicht zur gegenseitigen Deckung durch Gewehrfeuer angelegt waren. Die Bauperioden Die im Süden der Donaumonarchie errichteten Festungsbauten lassen sich in mehrere Perioden mit verschiedenen politischen Rahmenbedingungen und unterschiedlicher Bauausführung einteilen. Die Festungsbauten der 1830er und 1840er Jahre Mit dem Wiener Kongress waren 1815 auch die Lombardei und Venetin an das Habsburger Reich gekommen, so dass die grenznahen Befestigungen in diesen Regionen erbaut wurden. Südtirol und das Trentino wiesen keine Grenzen zu Italien auf. Dennoch wurden 1833 bis 1838 die Festung Franzensfeste zur Sicherung des Zentralraumes um Brixen erbaut. Der Dos Trento in Trient 1848 bis 1859 befestigt und der Reschenpass durch die Straßensperre Naudas 1838 bis 1840 gesichert. Nach dem Verlust der Lombardei 1859 durch den Sardinischen Krieg wurden an der neuen Grenze zwischen Gardasee und Schweizer Grenze 1860 bis 1862 die wichtigsten Pässe und Übergänge mit Sperren befestigt. Außerdem Riva del Garda am Gardasee und die von dort nach Trient führende Straße kurz vor Trient. Diese Festungswerke bestanden zumeist aus einem mächtigen, mehrere Geschosse aufragenden Block aus Natursteinmauerwerk, in dem auch die Geschütze hinter Mauerschatten standen. Angesichts der Einführung der gezogenen Geschütze und ihrer höheren Zerstörungskraft war diese Bauform eigentlich bereits veraltet, bot aber die Möglichkeit einer witterungsgeschützten Unterbringung der Geschütze, die gerade im Gebirge angeraten war. Auch nahm man an, dass der Gegner im Gebirge schwere Artillerie nur kaum in Stellung bringen könne. Siehe auch, fort Lavati fort wohlgemut. Nur wenige Jahre später musste Österreich-Ungarn nach dem Krieg gegen Preußen und Italien 1866 auch Venetin an Italien abtreten, wodurch Südtirol und Trentino auch im Osten zu Grenzregionen wurden und die bis 1920. geltende Grenze zu Italien entstand. 1870 bis 1973 wurde daraufhin die Werkgruppe Sivezzano im Osten von Trient zur Sperrung des Weges aus dem Brentattal errichtet. 1878 bis 1883 erfolgte der Ausbau Triens zur Gürtelfestung im sogenannten Trientiner Stil, womit eine relativ leichte und sparsame Bauweise gemeint war. Die Geschütze standen in zumeist offenen Batterien. Zuletzt wurde im Werk San Rocco auch ein Gruson-Panzerturm für ein paar Minimalschadenkanonen errichtet. Zwei baugleiche Panzertürme sowie vier Panzerkasematten wurden auch in der 1881 bis 1890 errichteten Festung vor Tencel eingebaut, die das Kanaltal bei Malborketh an der Südgrenze Kärntens sperrte. Ebenso wie die noch etwas weiter östlich im heutigen Slowenien gelegene Flitscherklause deuten, diese bauten bereits in Richtung der nächsten Befestigungsperiode. Ab 1884 wurden zahlreiche neue Festungswerke nach relativ einheitlichem Schema errichtet, wobei die einzelnen Werke jedoch den Geländegegebenheiten individuell angepasst wurden. Diese Bauperiode wird oft nach ihrem Planerfeldmarschall Julis Ritter von Vogel als Periode Vogel bezeichnet. Insbesondere die Dolomitenpässe und das Brentattal wurden nun erstmals mit zahlreichen dieser Einheitswerke befestigt. Ferner auch der Predilpass im heutigen Slowenien. Zudem wurde die ältere Werkgruppe Ladaro durch das Werk Kono, die Festung Trient im Süden durch die Werke Romaniano und Mattarello und die Festung Riva vor allem durch die Mittelbatterie verstärkt. Die Werke waren als kompakte Einheitswerke konzipiert, die in einem Block Bewaffnung und Unterkünfte vereinten. Sie waren überwiegend in Beton errichtet, wobei die Front meist mit Granitblöcken verkleidet wurde. Die Bewaffnung bestand aus meist drei oder vier zwölf Zentimeter Minimalschadenkanonen, die frontal hinter Panzerschaden standen, und zwei bis vier 15 Zentimeter Panzermörsern in Panzerdrehkuppeln auf dem Dach. Umgeben wurden die Werke von einem Graben, der durch mehrere Koffer bestrichen werden konnte. Zur Nahverteidigung wurden zunächst elf Millimeter mit Reiliösen, spätestens ab 1893 dann Maschinengewehre eingebaut. Durch die frontalen Kanonenschaden und die Mehrstöckigkeit hatten die Werke einen hohen Aufzug. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wurde die Festung Riva mit den Werken Garda und Tombio und die Werkgruppe Ladaro mit dem Werk Heriola verstärkt. Der bisher mit nur einem alten Werk befestigte Tonalepas mit fünf Werken unterschiedlicher Größe zu einer Werkgruppe ausgebaut und insbesondere die Hochfläche von Volgaria und Lavarone mit sieben Werken neu befestigt, die die Charakteristika dieser letzten Bauperiode besonders deutlich zeigen. Die Steigerung von Kaliber und Durchschlagskraft der Artillerie erzwang nach 1900 eine andere Konzeption der Festungswerke. Vor allem aber wurden Kasematten und Batterieblöcke der Werke zunehmend getrennt und auseinandergezogen und zudem weitgehend versenkt. Als einheitliche Bewaffnung wurden nun zehn Zentimeter Haubitzen in drehbaren Panzerkuppeln eingesetzt, die sowohl die Minimalschattenkanonen als auch die Panzermörser ersetzten. Ferner kamen zur Nahverteidigung zahlreiche Maschinengewehre in Panzerkuppeln zum Einsatz. Ganz zuletzt wurde mit dem Bau kavanierter angelegter Werke begonnen. Gliederung Als Rejos wurden im österreichisch-ungarischen Militärtschnergong auch die einzelnen Bezirke im Abwehrriegel der Grenze zu Italien bezeichnet. Anderweitig verstand man unter Rajon lediglich das Vorfeld von Festungen und Festungswerken. Im Grunde existierten nur zwei Rejos, die in einzelne Suprajons bzw. Abschnitte unterteilt waren. Im Laufe des Krieges ging man jedoch mehr und mehr dazu über, die beiden letzteren Begriffe durch Rejos zu ersetzen. Die Untergliederung der Rejos-Abschnitte lautete Grenzabschnitt, Grenzunterabschnitt, Kampfabschnitt. Rajon Tirol Der Rajon Tirol unterstand dem Landesverteidigungskommando Tirol und setzte sich zusammen aus I. Suprajon Grenzabschnitt 1 Zu Garnertal mit den Außenwerken von Trient am Lago di Caldonat zu I.V. Suprajon Grenzabschnitt 7 Kreuzspitz bis Lusche-Pess Grenzabschnitt 8 Lusche-Pess bis Montemesola mit den Werken Mönner, Dosaccio und Albuso V. Suprajon Grenzabschnitt 9 Montemesola bis Gotrestal Grenzabschnitt 10 Gotrestal bis Kärntner Grenze mit den Werke Heidegg und Mitterberg Rajon Kärnten Im Rajon Kärnten hießen die Suprajons-Abschnitte Er unterstand 1915 dem Kommando des Generals der Kavalerie Franz Rohr von Dentai Abschnitt Kreuzberg Plöckenpass Strandinger Spitze 2 Abschnitt Strandinger Spitze Nassfeld Schinauer 3 Abschnitt Schinauer Predil Rombon e.V. Abschnitt Rombon Krn Die Strecke von Krn bis zum Mittelmeer galt nicht als befestigt und wurde daher nicht in dieses Schema einbezogen. Rajon Tirol Sperre Stilfsaioch Der Sperrgürtel beginnt im Westen mit der Straßensperre Gourmagol zum Schutz der Straße vom Stilfsaioch in das Wingau und zum Rechenpass. In zweiter Linie liegt hier die Straßensperre Naudas, obwohl bereits hinter dem Rechen und somit schon in Nordtirol, sperrt das wegen seiner geografischen Lage nahezu unangreifbare Werk Naudas das Inntal nach Norden und die Straße nach Landeck und Vorarlberg. Sperre Tonale Im Sperrion 3 mit den Werken Larino, Danzolino, Kono und Rewekla direkt bei der Ortschaft Ladaro, südlich davon, bei der Ortschaft Piwetibono mit dem modernen Werk Cariola. Die Sperre Ladaro sicherte das Vali Judicarie nach Norden sowie die Einmündung des Valdavon nach Osten. Damit wurde der Rücken der Festung Riva als auch die Flanke von Trient gedeckt. Festung Riva Im Sperrion 3 gelegen, dienten die Werke der Festung Riva der Sicherung der Wege durch das Impolatal und das Ledrothal nach Trient und in das Etchtal. Riva verfügte über die folgenden Bauwerke Die Festung Trient lag im Sperrion 3. Nach Verlust der lombartischen und venetischen Festungen Mantua, Leniano, Verona und Peschiera, dem sogenannten Festung Riva. Festungsviereck Im 19. Jahrhundert gab es keinen Schutz mehr gegen einen Durchbruch durch das Etchtal in den Norden. Aus diesem Grunde musste Trient ausgebaut werden. Man errichtete eine Gürtelfestung, die Lage der Werke ermöglichte eine Rundumverteidigung, die gleichzeitig als befestigtes Lager mit einer Besatzung von bis zu 20.000 Mann aller Waffengattungen dienen sollte. Aus geografischer Sicht lag die Hauptbedrohung im Süden durch das Etchtal und im Südosten durch das Sugana-Tal. Diese beiden Abschnitte waren stärker gesichert. Die wichtigsten Werke Und betonierte Infanteriestützpunkte Sperre Nonstal Sie bestand aus der großen Straßensperre Rocketer und sicherte nördlich von Mezzo-Lombardo im Nonstal, gelegentlich auch Nondol genannt, gegen Das Wald die Sohle Sie lag ebenfalls im Suprayon III Sie bestand nur aus dem unfertigen Werk Wellmorbia im Asertal, das aber in nicht unerheblichem Maße in die Kampfhandlungen verwickelt war. Weitere Projekte kamen über die Planungsphase nicht hinaus. Suprayon III Werkgruppen In Lavarone, Volgaria Die Werke der Sperrgruppe wurden zwischen 1907 und 1913 und somit nur wenige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg erbaut und gehörten zu den modernsten Festungswerken Österreich-Ungarns. Unabhängig von seiner tatsächlichen Lage wurde dieser Riegel von der österreichisch-ungarischen Militäradministratur als Sperrgruppe auf der Hochfläche der sieben Gemeinden bezeichnet und hatte die Aufgabe, innerhalb des Suprayons drei Angriffe über die Hochfläche der sieben Gemeinden, Lusan und durch das Estekotel, gegen Trient, Rovereto und das obere Sugarnatal mit dem Caldonazosee abzuwehren. Sie lagen vor der Linie der älteren Werke aus der Bauperiode Vogel. Der Riegel bestand aus sieben Werken bereits modernerer Bauart und war aufgegliedert in die beiden Gruppen Volgaria und Lavarone. Er zieht sich von Nordosten nach Südwesten hin und liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Trient an der Grenze zur Provinz Vicentia, Gruppe Lavarone, Werk Schwendt, Werk Lusan, Werk Ferle, Posten-Wetzena, Gruppe Volgaria, Werk Serrada, Zwischenwerk Sommo, Werk Sebastiano, Rolpes Sperre. Die Sperre Paneveggio mit den Werken Dorsaccio und Albuso liegt im Rayon e.V. und sperrte den Rollepass. Das Travognolo-Tal und den Übergang vom Fasser in das Flaimstal. Weiter hinten im Pellegrino-Tal befand sich noch die Sperre Mönner, die aber zu weit zurück lag und nicht bekämpft wurde. So Prajon e.V. Sperre Buchenstein-Tal Die Sperre lag im Rayon V. und bestand nur aus dem alten Werk Lackorte und der Straßensperre Rurz. Sie sperrten den Weg von Allege nach Canasei und den Passo Poudoi sowie in das Kovaratal über den Passo Campolongo, unterhalb des C.O.L. Die Lerner gelegen, So Prajon V. Sperre Valparola Pasta Das Sperrwerk T.R.E. Sassi sperrte den Zugang zum Walle di Sankt Kassian und zum Abde Eitel. Es liegt im So Prajon V nördlich dem Sassodi Strier, unterhalb des kleinen Lager Joy. 3. Sperrgruppe Ampezzo Die Sperrgruppe Ampezzo im So Prajon V bestand aus dem Werkplätzwiese am Strudelkopf-Sattel unterhalb der Strudelkopfe zur Sicherung des Stollertals und über den Strudelkopfe hinweg des Landrohtals sowie dem Werk Landroh im Landrohtal, das hier die Sicherung der Straße von der Ortschaft Cortina d'Ampezzo nach Toplach und in das Pustartal zu übernehmen hatte. So Prajon V. Sperre 6. Die beiden alten Werke Heidegg und Mitterberg sicherten 6. und gegen den Kreuzbergsattel. So Prajon V. Raijon Kärnten Sperre Malborketh Die Sperre Malborketh bestand nur aus dem Fort Hänsel A und B bei der Ortschaft Malborketh im Kanaltal. Sie sperrte das Kanaltal mit der Straße von Pontafil nach Tavis und Villach in Kärnten. So Prajon I. Fort Hänsel wird ausnahmsweise nicht als Werk, sondern als Fort bezeichnet, weil es nach einer Persönlichkeit und nicht wie üblich, nach einer Örtlichkeit benannt ist. Der Name steht für Hauptmann Friedrich Hänsel, der 1809 hier im Kampf gegen Napoleon gefallen ist. Sperre Predil Sattel im Seebachtal sperrten die Werke Pass Sperre Predil, Batterie Predil Sattel und Reibl den Zugang durch das Seebachtal und den Predil Pass nach Kärnten, Komplex Fort Hermann, Flitscher Klause. Zwillingswerke oberhalb von Flitsch verhinderten den Durchbruch aus dem Ison-Zotal über das Gorit-Nekartal gegen den Predil Pass nach Kärnten und Krain. Ebenfalls wird Fort Hermann nicht als Werk, sondern als Fort bezeichnet. Der Name steht für den Hauptmann Johann Hermann von Hermannsdorf, der 1809 im Kampf gegen Napoleon hier gefallen ist. Beide Anlagen liegen heute auf dem Gebiet Sloweniens. Franzensfeste Die Franzensfeste war ein großes zweiteiliges Festungswerk im Isakdal und sperrte die Brennerstraße nach Norden und war nie in Kampfhandlungen. Verwickelt Die Franzensfeste gehörte nicht zum eigentlichen Sperrgürtel.